dann haben wir das truff das Ding ja ja klar man das war die ganzen Etioten hier m und natürlich kein Sprung und nicht mehr und wirklich auch genauso ganz gut weg Kommst du drüben klar? Ja. All los! Hallo! Na, der ist aber fix unterwegs, ne? Mhm. Der hat noch einen Speedhack an. Oh, wie lecker, Alter. Hallo? Wow. Der hat hier, äh... Der macht einen Cheat, der macht meinen Computer kaputt. Echt? Ich hatte gerade ein und zwei FPS. Immer. Oh, ja, mein Freund. Na, haben wir ihn gleich. Zeig dein wahres Gesicht. Das Herrscher ist der Hölle. Oh, ja, mein Freund. I lost. Ach, ist da hässlich. Ich sehe gar nicht, wie viele Hitpoints er hat. Uh. Hallo? Daneben? Ach, Gott, nee. Das wird ja ein Gestärbe. Oh, oh, Achtung. Das ist keine Chance, ich komme einfach nicht weg. Shit. Willst du doch mal, wenn er damit fertig ist, hinterkommt? Ich hoffe, ja. Warte mal. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Ne. Jetzt. Komm, 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 komm. Komm. Jawohl. Kommst du einfach nicht weg, oder was? Das ist Zauberer. Ne. Kann ich, ich kann nicht rennen. Shit. Oh. Na, ich schaff's vorne mit Absorbieren relativ gut. Hm. Und gehen wir los. Nice. Oh oh. Oh oh. Oh, ich brauche noch halt dran. Komm, komm. Ah, jawohl, Hälfte. Ah. So schwer auszuweichen, das ist unglaublich. Au. Und weiter geht's. Es geht nicht. Hm. Ich muss echt immer über die ganze Länge rennen, wenn ich getrapped werde. Natürlich. Oh. Na, ich versuche nur mit mir zu stehen, dass du auf dem Seiten bist, dass man sie zusammentrifft. Oh, los. Oh, Mist. Also auszuweichen lässt ich gerne. an eine gewollte Stimme es geht um die Außenland ganz besonders ein Jahr bei der Läden bei und waren was soll er nicht sein er hat mich in der Hausnummern angewandt und dann wieder zurück Nein Halt, kommt noch einer Ach, crap Na, das war daneben, mein Junge Au Wie viel, 2,3 Millionen hat er Nein, nein, das wollte ich gerade sagen Manchmal habe ich Glück mit dem Pattern, aber Ich hatte es auch runtergezogen, wie das Ach, nee